Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und heute bin ich ganz besonders stolz, denn es ist mein 100. Podcast und dem Start dieses Podcastes möchte ich dir ein Feedback eines meiner Teilnehmer wiedergeben. Das ist der Benedikt Joost, der ist 19 Jahre jung und der jüngste VIP-Platin-Teilnehmer. Und vielleicht nimmst du dir kurz eine gute Minute Zeit, um dir das einmal anzuhören. Was soll ich dazu sagen? Ich war sofort begeistert. Die zwei Tage waren der Wahnsinn mit dir. Wie du das System erklärt hast, wie einfach das alles ist. Und ich saß den ganzen Tag da und auch noch abends im Hotelzimmer. Das kann doch gar nicht sein. So toll kann es doch nicht gehen. Und habe mich dann erstmal im Paper Trading probiert, noch nicht mit echtem Geld gehandelt. Und bin dann aber auch relativ schnell, ich glaube einen Monat später, zu echtem Geld rübergegangen. Und habe gedacht, wow, unglaublich, das ist ja, wie du immer so schön sagst, legales Geld drucken. Und jetzt stand ungefähr Anfang Juli 2021, habe ich schon tatsächlich mit meinen Mitteln ungefähr so 18 bis 20 Prozent Rendite gemacht. Und bin mega stolz auf mich selber und dir super dankbar, dass du mir so eine Möglichkeit aufgetan hast. Und jetzt habe ich endlich auch einen Plan zu meiner finanziellen Freiheit in die Zukunft. Weil ich vielleicht nicht wie andere Leute mit meinem Alter, 19 Jahre ja, diesen klassischen Weg der Schule und Ausbildung gehen, sondern einfach meinen eigenen Weg finden möchte an der Börse in die finanzielle Freiheit. Und da kann ich nur sagen, du hast mir dabei geholfen und da bin ich dir super dankbar für. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch vielleicht den jüngeren Leuten, wenn ihr wirklich Bock auf die Börse habt, wenn ihr Bock habt, Knallerrenditen zu machen, dann wirklich vertraut Uli, besucht sein Seminar und ja, lernt das System. Und ich verspreche euch, es ist super einfach und ihr werdet genau wie ich und viele, viele, viele andere wahnsinns Renditen erzielen. Und ja, Uli, ich kann dir nur danken für alles, was du für uns tust, für deinen Support, auch für dein Team. Die sind alle mega nett und machen das alle so toll. Und ja, vielen Dank dafür. Und hat dich dieses Feedback auch so berührt, wie mich das berührt hat? Ich kann dir sagen, wir sind heute in der 100. Podcast-Folge und ich möchte dich ein bisschen auf die Reise mitnehmen meiner Wells Academy, der Ulrich Müller Wells Academy, die wir im Mai im Jahre 2014 gegründet haben, mit einer Idee, wir werden vielleicht mal etwas größer und wachsen ein bisschen, aber das, was in der Zwischenzeit passiert ist, hat mich um Längen umgehauen, in welche Größenordnung das Ganze gegangen ist. Wir haben im September 2014 unsere ersten Events gestartet und wenn ich dir das so offen sage, der einzige Grund, warum ich diese Akademie betreibe, sind die Feedbacks wie von dem Benedikt. Du wirst am Ende dieses Podcast auch noch zwei, drei weitere hören und die ganzen Feedbacks, die du auch findest, ob es bei Google ist, bei Proven Experts, bei iTunes oder auch auf unserer Seite direkt. Das ist mein Warum, das ist mein Gas geben, warum ich diese Akademie betreibe. Es geht mir null mehr um das Thema des Geldes, sondern es geht mir um diese Referenzen, die mir einen Mut, ein Vertrauen und eine Liebe zurückgeben, die einfach unglaublich ist. Die Wells Academy hat mittlerweile mehr als 12.000 Teilnehmer geschult und wir sind mittlerweile zehn Mitarbeiter, denen ich letztendlich ein Zuhause gebe, die ihre Familie ernähren können und die hier ihr Zuhause gefunden haben in der Ulrich Müller Wells Academy auch als Mitarbeiter und als Freund und Teil meiner Börsenfamilie. Spannend an der Zahl ist auch, dass alle unsere geschulten Teilnehmer mittlerweile auf den Folge-Events davon noch satte 84% bis heute mit dabei sind. 84% und vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip. Man sagt Pareto 2080, 20% der Menschen setzen nach dem Seminar was um und bleiben tatsächlich dabei. 80% wird die Seite, die leider aufhört, weil man es weiß statistisch gesehen, dass die 80% es nicht schaffen. Bei uns sind sogar 84% aller geschulten Teilnehmer dabei mit einer Durchschnittsrendite von ungefähr 2,9% pro Monat. Das sind für mich krasse Zahlen, die mir auch ein Stück weit einen Beweis geben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist auch das Ziel und meine Mission gewesen, Menschen zu zeigen, wie sie ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen und damit unabhängig von Banken und Investmenthäusern 3-6% Rendite erzielen. Und wir sind die einzigen, die sie auf dem Weg begleiten. Und aus dieser Mission ist auch meine Vision geworden in den nächsten Jahren, bis zu eine Million Menschen zu schulen und dementsprechend finanziell frei zu machen oder zumindest finanziell deutlich besser zu stellen. Alle Produkte, die wir in den Jahren kreiert haben, sind aus der Praxis für die Praxis, von Menschen für Menschen. Ob es mein Tag der Finanzen ist, das Geldverdienen mit System, das als Startseminar dann eigentlich gilt, ob es das Money Machine als Folge Event ist, die Trading Week, das Trader Mental Coaching oder sogar der VIP Platin Club. Ob wir über mein Buch reden, über den Börsenbrief oder vielleicht diesen Podcast, den wir vor gut einem Jahr ins Leben gerufen haben. Allein dieser Podcast wurde mittlerweile an die 200.000 Mal gedownloadet und wir haben pro Monat um und bei 10.000 Hörer, die sich diesen Podcast anhören. Auch mein Buch vom Maurer zum Millionär und Herr Müller zahlt in bar ist das Buch, was vielen, vielen Menschen vielleicht ein Stück weit die Augen geöffnet haben. Unglaublich stolz in meiner Reise bin ich auch auf die ganze Medien- und Pressenseite, die in zahlreichen Berichten über mich berichten, mich einladen zu Interviews oder mittlerweile sogar in Fernsehshows, um über diese Story von Ulrich Müller zu berichten. Ja und last but not least darf ich natürlich auch nicht vergessen, ich sage so gerne, ich kann nur Börse und auf der Bühne stehen und reden, aber mein fantastisches Team hält das Ganze am Leben, hält alles zusammen und ist in jeder Sekunde und Minute rund um die Uhr für uns unterwegs und unterstützt dich bei deinem Vermögensaufbau. Ganz wichtig ist mir auch, dir einfach mitzuteilen, wie gerne ich das mache, obwohl es immer mal wieder viel, viel Kraft kostet und ich kann dir sagen, wenn ich zwei Tage auf dem Seminar stehe von morgens bis abends, verliere ich in etwa 1,5 Kilo Körpergewicht. So zehrt das Ganze und so hoch konzentriert ist man in diesem Spiel. Ja, es ist für mich schwer, das Ganze zu beschreiben, wenn ich gerade auf mein Bild gucke und auf die Homepage der Ulrich Müller-Wells-Akademie, wo so schön steht, der Börsenexperte, der hält, was er verspricht. Und in diesem Zuge möchte ich dir auch relativ offen ein paar Dinge zu mir erzählen. Meine größten Werte sind Liebe, Vertrauen und Familie und von meinen Kunden und Interessenten spreche ich ganz bewusst als Börsenfamilie. Als wir im September 2014 unser erstes Seminar vor, glaube ich, zwölf Leuten hatten, habe ich mir überhaupt nicht erträumen lassen, was aus dieser Reise mal wird. Ich kenne die Zahlen natürlich von allen nicht ganz genau, aber wir sind mittlerweile in den Top 5 Trainern in Deutschland angekommen, was das Thema Umsatz und erst recht Gewinn angeht. Und dabei bin ich besonders stolz darauf, dass wir tatsächlich kein Geld für irgendwelche Werbung, Sponsoring und Themen ausgegeben haben. Dass wir nicht groß Facebook-Werbung oder Google Ads schalten, jetzt schon mal einen kleinen Test zwischendurch gemacht, sondern dass die Kunden wirklich in Empfehlungen zu uns gefunden haben. Ich habe damals gesagt, wenn wir ein Kunden gewinnen, dann empfiehlt er uns zwei neue und dementsprechend wird das Ganze wie ein Tannenbaum auseinander gehen. Und mittlerweile ist es so weit, dass wir zwischen drei und fünf Kunden am Tag gewinnen, die ein Folge-Event für ein paar tausend Euro abschließen, ohne dass wir ganz genau wissen, wo sie herkommen. Und das Ganze erfüllt mich unglaublich mit Stolz, dass wir jetzt hier und heute den hundertsten Podcast online haben und ich ein bisschen was über meine Akademie, über meine Mitarbeiter, über meine Produkte und über die Ulrich Müller-Wells-Akademie erzählen darf. Warum sind einige Menschen so erfolgreich und andere vielleicht nicht? Ich glaube, es gibt genau ein Thema, was alles im Leben entscheidet. Und das ist die Frage des Vertrauens. Kannst du einem Mensch vertrauen? Kannst du der Ulrich Müller-Wells-Akademie vertrauen? Auch wir haben mittlerweile weit über 1000 Referenzen in Google Improven Expert, in iTunes mit einer Durchschnittsbewertung von fast auf den Strich fünf Stern, knapp darunter. Und all diese Menschen wollen dir helfen, vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen aufzubauen. Du wirst zum Ende dieses Podcastes gleich noch drei, vier, fünf Kundenstimmen hören, die uns netterweise einfach mal geschickt haben. Was hat sich in ihrem Leben eigentlich verändert, nachdem sie die Ulrich Müller-Wells-Akademie besucht haben? Wie ging ihre Reise fort und wo ging das Ganze weiter? Und ich möchte dich animieren, einfach mal auf unsere Seite zu klicken, vielleicht auch ein Strategiegespräch oder ein Erstgespräch mit meinem Team zu vereinbaren und einfach mal zu schauen, wo stehst du eigentlich? Wo stehst du eigentlich finanziell? Wo kommst du eigentlich her? Und noch viel wichtiger, wo willst du eigentlich im Leben finanziell hin? Ich habe mit meiner Wells Academy alles gebaut für den Bereich der Finanzen, vom Mindset über Geldverdienen über richtig zu investieren und habe darum um diesen Satelliten das Geldverdienen mit System in der Mitte als großen Fixstern. Außenrum viele kleine Sterne gebaut, die dich unterstützen und dir helfen, so wie zum Beispiel auch der Börsenbrief oder das Trading-Journal, um dein Trading auf ein höheres Level zu heben. Und wenn du die Muße hast und vielleicht noch ein bisschen Vertrauen aufbauen willst, hör dir doch gerne ein paar Podcasts von dir an. Guck mal, wie du mich als Person findest, wie dir meine Stimme gefällt, wie dir die ganzen Podcasts gefallen und was du vielleicht auch als Mehrwert mitnehmen kannst. Wenn dir das noch nicht reicht, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht einfach mal auf unserer Seite oder bei Google zu lesen, was andere Menschen über Örich Müller sagen. Weit mehr als tausend Referenzen sind extremst positiv für uns und das Schöne für mich, es gibt keine einzige Negative. Vielleicht nimmst du auch den Mut zusammen und meldest dich zu unserem nächsten Tag der Finanzen als Online-Event an. Das ist der 28. und 29. August. Mehr Informationen findest du unter www.tag-der-finanzen.de und dann guckst du dir einfach zwei Tage mal den Tag der Finanzen als Online-Event an. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, es ist sehr intelligent, sich nach einer Information zu entscheiden und nicht vorher. Und ich möchte dir einfach den Mut an die Hand geben, dich um das Thema zu befassen. Denn wer ist der beste Mensch, der sich um dein Geld kümmert? Das bist und bleibst genau du. In dem Moment, wo du dein Geld abgibst, gibst du dein Vertrauen ab, dein Selbstvertrauen und hast das nicht mehr in der eigenen Hand. Das als kleiner Tipp, nebenbei am Rande. Und jetzt möchten wir dir noch ein paar Stimmen einspielen in unserem 100. Podcast von euch, für euch, was Kunden über die Ulrich-Müller-Welts-Akademie gesagt hat. Und mittlerweile sind hunderte von Menschen auf der Welt unterwegs, die gar nicht mehr arbeiten und nur noch aus dem System arbeiten. Und wenn du mich sehen könntest jetzt, dann würdest du sehen, dass ich eine dicke Träne im Auge habe und einfach unglaublich stolz bin auf diese Akademie, auf unser Sein. Wünsche dir viel Spaß mit den Stimmen und freue mich schon demnächst, dich einfach mal kennenzulernen. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und Film ab. Ciao. Hallo lieber Uli, hallo liebes Team. Ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken, dass ihr dieses System so, so vielen Menschen zugänglich macht. Ich bin mega happy, dass ich seit Mai mit dabei bin. Im Juni bereits zwei bis drei Prozent Rendite erwirtschaften konnte und ich endlich meine, ja, meine finanzielle Freiheit selber in die Hand genommen habe. Und danke nochmal, dass ich direkt nach diesem einen Seminar losstarten konnte. Also ihr habt mir wirklich alles an die Hand gegeben. Und jetzt noch im Nachgang mit der Community, mit den Live-Webinars. Ich habe gar keine Angst mehr. Und es funktioniert. Es funktioniert. Es ist einfach der Wahnsinn. Vom Herzen, Herzen danke. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Menschen das System von euch kennenlernen werden und, ja, finanziell frei werden. Ich danke euch. Liebe Grüße, Sophie Gulig. Hallo Uli. Jo, du hast dir ja für deinen Jubiläumspodcast ein bisschen Geschichte gewünscht und die will ich dir auch gerne mitteilen. Wie du ganz richtig festgestellt hast, am Mittwoch sind wir ja nicht mehr in Deutschland. Wir sind seit dem Frühjahr hier auf Kreta und genießen unsere Zeit. Ein bisschen zur Situation vielleicht. Wir haben nach wie vor die Firmen in Hamburg und das ist das, was wir gerade fernsteuern. Und um dann die Verbindung zu deinem System, zu dem, was du uns schulst und freundlicherweise an deinem Wissen teilhaben lässt, macht mich, macht uns mega entspannt. Wir haben unsere goldene Gans in Hamburg. Davon können wir ganz gut leben und das, was wir vielleicht für die Zukunft brauchen, fürs Alter, wenn irgendwann die Firmen mal nicht mehr unsere sind, das werden wir dann durch dein System abbilden. Ja, wie gesagt, das ist etwas, was mich unglaublich entspannt, weil ich sehr, sehr großes Vertrauen in dein System habe und das ja auch bewiesen hat, dass es funktioniert. Ich habe von Anfang an großes Vertrauen gehabt. Es gibt ja viele, die da sehr, sehr misstrauisch sind. Da gehörte ich nun gar nicht zu. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe nicht einmal im Paper Trading gearbeitet, sondern bin direkt ins echte Geld reingestiegen. Habe zwar ein ganz bisschen Erfahrung gehabt mit Aktien, habe also über Consors angefangen zu handeln. Aber ja, das klassische im Nebel stochern, was könnte es denn sein? Und danach haben wir unsere Sachen gekauft. Insofern auch das vielleicht noch mal zu dem Vertrauen, was du vermittelst. Und ja, das war es jetzt aber. Hallo liebe Börsenbegeisterte und die, die es einmal werden wollen. Mein Name ist Thomas Werner. Ich bin 33 Jahre und wohne in Heidelberg. Ich bin letztes Jahr zu Ulrich Müller und zu Ulrich Müller Wells Academy gekommen. Und ich muss sagen, das war eigentlich das Beste, was in dem Corona-Jahr passieren konnte. Denn ja, Uli und sein System haben mein Leben verändert. Und ich will euch kurz berichten, was das für mich bedeutet. Ich habe letztes Jahr angefangen zu traden. Ziemlich aus dem Bauch heraus, einfach am Smartphone irgendwie ein paar Kurse geschaut. Und ja, war damit auch nicht wirklich erfolgreich, bis ich über eine Empfehlung eines Freundes zu Uli kam. Und eigentlich hat schon der Tag der Finanzen mein Mindset so dermaßen geändert und das Positive gedreht. Ich habe mit alten Glaubenssätzen aufgeräumt, was Geld angeht. Ich habe mir dadurch einen Plan erarbeiten können, um finanziell frei und letzten Endes auch unabhängig zu werden. Und ja, dann die beiden Kurse besucht von Uli. Und haltet euch fest, ich habe jetzt im ersten Halbjahr bereits 24 Prozent gemacht. 24 Prozent. Das sind aufs Jahr gerechnet fast 50 Prozent meines Einsatzes. So die Hälfte kam dazu. Und ich glaube, das ist einfach phänomenal. Weil ich wüsste nicht, wo man das irgendwo anders bekommt. Und vor allem das für so wenig, in Anführungszeichen, Aufwand. Ich habe vielleicht so eine runtergebrochene halbe Stunde pro Tag. Manchmal brauche ich auch gar nicht reinschauen. Wie gesagt, es wird auch irgendwie immer entspannter. Man hat irgendwann jetzt dann auch so ein gewisses Gefühl und weiß auch, hat einfach genug Erfahrung, glaube ich, gesammelt, um jetzt etwas ruhiger zu werden. Und ja, ich bin aber immer noch am Anfang und immer noch total motiviert und begeistert dabei. Und vor allem, ja, verfolge ich auch weiterhin die Support-Webinare und ja, hole mir die Tipps und Tricks von Uli. Weil, ja, irgendwie lernt man einfach jede Woche wieder Neues dazu. Und ja, wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich gerade über beide Ohren lächle und bin einfach extrem zufrieden mit dem System und dem Erfolg. Und hoffe, dass euch das so ein bisschen motiviert hat und ihr auch so erfolgreich werdet und so glücklich mit dem System. Deshalb nochmal ein großes und dickes Dankeschön an Uli und sein ganzes Team, die uns immer super betreuen, einen extrem guten Service haben. Und ich bin auch gerne bereit, wenn irgendjemand Fragen hat oder was wissen möchte, ein bisschen was zu erzählen und mal ein bisschen sich auszutauschen. Bis bald. Ich nehme bereits mein Geld seit 20 Jahren in meine eigene Hand, war bis Anfang dieses Jahres allerdings mit dem Fokus in Immobilien investiert. Jetzt, wo ich, ja, die 10 Jahre Haltedauer hinter mir habe von den Immobilien, verkaufe ich die alle nach und nach steuerfrei und investiere mein Geld ab jetzt in die Umwachstrategien. Es ist im Prinzip das Einfachste der Welt, die Rendite durch die Strategien vom Uli. Ja, damit erziele ich im Jahr das Zehnfache, was ich mit Immobilien verdienen würde. Und das ist einfach nur Fakt. Und an der Stelle mein herzliches Dankeschön an Uli und sein ganzes Team für die tolle Unterstützung und für die Mission, die er verfolgt. Trotz dass vor allem Uli mehr als ausgesorgt hat, schon in so einem engen Leben und das gar nicht machen müsste. Aber dieser Purpose, dieses Engagement, was zu verändern, ist auch absolut, was mir vorschwebt. Und was ich auch glücklicherweise sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon erreichen werde, um das Geld, was ich hier verdiene, auch durch die Strategien vom Uli, investieren kann in mein eigenes persönliches soziales Projekt. Und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Deswegen mein Herz an euch. Vielen lieben Dank. Bis bald. Hallo. Hier ist der Christian. Ich bin seit März 2020 dabei mit dem System von Uli unterwegs. Habe also kurz vor der Corona-Krise das Seminar Geld verdienen mit System besucht und bin dann voll in die Corona-Krise gestartet. Ja, mein Depot ging dadurch in den ersten Wochen schlagreich nach unten. War zwischenzeitlich bei minus 15 Prozent. Aber das System, das hat mich so überzeugt und auch die Art und Weise, wie der Uli und das gesamte Team der Ulrich-Müller-Wels-Akademie einen da an die Hand nehmen, hat mich so begeistert, dass ich weiter dran geblieben bin. Und bis Ende des Jahres, bis Ende des letzten Jahres, hatte ich dann mein Depot wieder auf plus minus null gebracht. Und ja, nun sechs Monate später bin ich sehr froh darüber, dass mein Depot mittlerweile bei über 22 Prozent im Plus steht. Das war nun mein elfter Monat mit gewinnen. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh darüber, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Wie der Uli immer so schön sagt, wer ist die beste Person, die sich um dein Geld kümmern kann? Ich habe erkannt, dass ich das bin und ja, voller Motivation mache ich das System auch weiter und kann es auch jedem nur empfehlen. Wer sein Geld selber in die Hand nehmen möchte, sollte sich das System einfach mal anschauen und ja, damit auch so erfolgreich werden, wie ich es geworden bin. Vielen Dank nochmal an den Uli, ans Team der Ulrich-Müller-Wels-Akademie und macht weiter so. Lieber Uli, herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Folge deines Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Oswald und ich bin seit März 2021 bei dir in der Ulrich-Müller-Wels-Akademie und deinem System dabei. Für mich ist der größte Erfolg deines Systems, dass ich es nun endlich geschafft habe, konstant Profite jeden Monat einzufahren, ohne dass ich darauf wetten oder spekulieren muss, ob die Aktien nun steigen oder fallen. Ich habe in über zwei Jahrzehnten erfolglos versucht, über Aktien, Optionsscheine oder CFDs eine Rendite zu erzielen, aber im Endeffekt nach zwei Jahrzehnten ohne dem System ist eigentlich nur eine schwarze Null gestanden. Von daher freue ich mich jetzt wirklich, dass dein System funktioniert, ich es gefunden habe und ich hoffe, du bleibst noch lange dabei und wünsche dir viel Spaß mit den nächsten 100 Folgen. Dein Wolfgang. Ciao. Dein Wolfgang.